Bestellte Medien selbstständig abholen. In diesem Video erfahren Sie, wie es geht. Die Abholstation befindet sich im Eingangsbereich der Bibliothek. Für jedes reservierte Medium erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail samt QR-Code und PIN-Nummer. Wählen Sie an der Abholstation Medien abholen und weisen Sie entweder den QR-Code oder die PIN-Nummer vor, um das jeweilige Fach zu öffnen und die Medien zu entnehmen. Vergessen Sie dabei nicht, das Fach nach Entnahme wieder ganz zu schließen. Zwei Arten von Medien landen in der Abholstation. Es handelt sich dabei entweder um derzeit ausgeliehene Medien, die Sie reservieren, indem Sie auf Ausleihe klicken und die PRZ-Bibliothek als Abholort wählen. Oder um Bestellungen aus der Fernleihe, die neu ebenfalls in der Abholstation platziert werden. Beideein Beideein Untertitelung des ZDF, 2020